Musik 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 Ja guten morgen freunde Heute wieder Video Und ja wieder also das zweite Update jetzt von dem kleinen Sauer Und ja das Gemeinschaftshaus schaut jetzt schon wieder anders aus Und Hier sollte der anscheinend unfähige Raffi eigentlich das erste Grundstück erbauen Aber er ist halt eben so unfähig Ja So unfähig für ein Grundstück zu bauen Das ist genial Ich bin mir nicht sicher ob ich hier so eine Sitzreihe erbauen soll Ich glaub ich mach ich aber nicht weil das ist sonst doof Ich glaub nach Irgendwie schon Sitzungssaal oder so Irgendwo hier so Aber nicht hier so Ich glaub ich hab ich lass aber das glaub ich trotzdem Nein ich bau das einfach um Ich weiß nicht Kommt dann der Vertauberungstisch drauf Ähm jo Also mehr gibt's jetzt in der Weile auch noch nicht Ne Weil mir keiner wirklich geholfen hat Domi hat unten was gebaut Raffi hat Eben zu unfähig das Grundstück zu bauen Domi hat das hier gebaut Einfach nur aus Langeweile Ja Ja und ich hab halt eben das Dings hier fertig gebaut Und warum ist da Glas in der Decke Domi 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 Der macht ja auch alles kaputt Ne Ähm ja Ich werde hier jetzt mal den Verzauberungstisch hermachen Weil das ist ja eben das Gemeinschaftshaus Und da soll man halt so Eine Chance haben Da sowas zu verzorben Genau Das Ist Das Die Ich bin grad irgendwie ein bisschen durcheinander Ähm Gestern konnte ich keine mehr hochladen Weil ich hätte zwei Aufnahmen gehabt Dann hab ich wieder mal Aiglali Hinten In der Hintergrund Im Hintergrund laufen gehabt Ich bin immer wieder so schlau Ich lass einfach LeFloid letztens dieses Mal Aiglali Und Dann hätte ich noch eine Folge gemacht Die war aber zu lang E Ja Und so ist dann gestern keiner mehr gekommen Dann Dann Ich hoffe ihr seid Ihr findet das noch Da Boah Boah Meine Sprache und sie sind schon wieder so super heute Boah What the fuck Okay Und letztens hat mich irgendjemand gefragt Ob ich die Videos nach vertone Also halt so mit Zuerst aufnehme im Spiel und einfach nix rede Und dann erst nach dir zu sprechen Und nein das mach ich nicht Ich bin ein bisschen multitaskingfähig Ein bisschen aber leider noch Ich glaub so richtig bekäme ich meinen Haushalt zum Beispiel hin Kacki Dieses Ding ist mir fast zu klein Aber guck mal mal Vielleicht gehts es ja Ja Jeder sieht doof aus Das muss ich anders bauen Aber ich will das auf jeden Fall irgendwie so erhöht lassen Das ist nämlich geil Ich mach das glaub ich einfach nur weiter nach vor Ich mach das nicht Boah 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 Meine Stimme geht mir schon wieder sonst du hin An mich verstehen Verstehen du mich? Verstehen du mich? Verstehen du mich nicht? Verstehen du mich nicht? Ja ok Verstehen du mich nicht? Nee Nee Das ist aber jetzt Kaka Kaka Pupu Furz Ähm ja Ja Das wird hier das nicht so der Verzauberungstisch Teil Dings Ich glaub ich weiß wie ich das mache Dafür brauch ich aber schwarze Haufslaps Slap 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 Puh Nee Da Ich wusste es Glaub ich Sie werte halt gleich beruft mich wieder irgendwann Ich werte einfach drauf Ich geh zur Wetten dass Genau Ich spacko Undbробige Ja Ausstattat Ich bin hier Mah Geschwindig aus Ich fern Ja ja, ich war gerade ein bisschen offline sozusagen, äh nee, war nicht weg, aber irgendwie geistig woanders. Wenn du verstehen. Verstehen, was ich meine? Verstehen mich nicht? Nicht Deutsch sprechen? Okay. Feeling. Oder so. Äh, bei Frank, ich hab schon, glaub ich, oft gesagt, aber ich freu mich jetzt auf jeden Fall, dass er sich decken kann. Wie? Ich bin auch ein bisschen, ja, bisschen weird im Schädel, weil letztens eben gefreut und ich müsste mich auch auf Skype am besten auf Beschäftigten stellen, mache ich aber jetzt nicht. So, einen Zaubertisch hätten wir jetzt. Hm, wie macht man das mit den Ambosses? Hm, ich glaub, wir haben schon eine gute Idee. Dafür brauche ich schwarze Scheiben. Scheiben, Scheiben. Wo brauche ich die hin? Also irgendwie da so Mitte? Und hier, so irgendwie. Zack, 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 zack. Wie sind hier die Mitte jetzt? Äh, eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei. Das müsste jetzt passen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, das passt. Ähm. Ich hab gerade keine Anruide Themen Kack-Teile. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ja. Hallo, mein Name ist Bruch und ich bin ein Stein. Zu zweit oder zu... Also wenn wir da nicht da sind, ist das irgendwie witzig. Aber das ist mir also auch egal. Ja. Genau. Dann machen wir hier Treppler hin. Oh, ich weiss wirklich nicht, was ich lehnen soll. Das wird in den Amboss. Fabrik. Was? Ne, da kann man, da mach ich jetzt so Amboss rein. Amboss. Und. Haben die jetzt Schaden bekommen? Nein, das ist jetzt gleich beschädigt. Das ist doof. So. Hätten wir das auch. Ja. Gut. Also haben wir hier so ein Amboss-Dings. Was? Ach ja, und dann normal, wo man nicht so hoch verzaubern kann, muss ich auch noch hin stehlen. Dann kann man dann halt niedriger verzaubern. Gut. Müsste das funktionieren. Dann widmen wir uns jetzt hier dem Zeug hier draußen. Ja. 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 Mhm. Ne. Ja. umlass ich bei mir raus macht sich einfach Blümel her hübsche kleine Blümel so redet man bei uns in Österreich übrigens nicht weil ich das glaubt das machen sie im Schwabeland bei uns redet man noch anders das mach ich halt nicht vielleicht ein andermal na gut ich mach's vielleicht dauern das mal ok reicht schon wieder ich löse den riesigen Hype aus Wunderbar WTF oh mein Gott ich sollte jetzt aufnehmen aufhören und aufnehmen damit dass ich den Kiss platziert habe sag ich tschüss tschüss Leute tschüss es ist Vielen Dank.